Deutsch lernen mit Lena und Linus Hallo, hallo Ich heiße Lena Müller Ich heiße Lena Müller Ich bin 38 Jahre alt Ich bin 38 Jahre alt Ich wohne in Hamburg Ich wohne in Hamburg Hallo, hallo Mein Name ist Linus Müller Mein Name ist Linus Müller Ich bin 42 Jahre alt Ich bin 42 Jahre alt Lena Müller ist meine Frau Lena Müller ist meine Frau Ich arbeite als Arzt Ich arbeite als Arzt Linus Müller ist mein Mann Linus Müller ist mein Mann Wir sind verheiratet Wir haben zwei Kinder Wir haben zwei Kinder Unser Sohn heißt Paul Unser Sohn heißt Paul Mara ist unsere Tochter Mara ist unsere Tochter Ich bin Paul Ich bin Paul Ich bin zehn Jahre alt Ich bin zehn Jahre alt Mara ist meine Schwester Mara ist meine Schwester Ich bin Mara Ich bin Mara Ich bin Mara Ich bin fünf Jahre alt Ich bin fünf Jahre alt Paul ist mein Bruder Paul ist mein Bruder Lena und Linus sind unsere Eltern Wir sind eine Familie Wir wohnen in Hamburg Ich bin fünf Jahre alt Ich bin fünf Jahre alt Vielen Dank.